Unter ein ausgerechnet Himmler! Dann sollt ihr Armee im Kehrt machen! Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt! Was soll das heißen? Sie können Fägelein nicht finden. Dann suchen Sie eine Fahrt! Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht! Verrat! Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßende Sowjetverbände in einem rücksichtsloser, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen! Wink! Soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen! Kapitulieren! Niemals! Das ist empörend! Ich habe Berlin vor Jahren gegen die Roten erobert und werde die Stadt bis zum letzten Atemzug gegen die Roten verteidigen! Was hat er da das gemacht? Aber dafür müsste man ihn an die Wand stehen! Der Samorphinist hat die Korruption in unserem Staat möglich gemacht! An meiner Passion! Bringen Sie mir Fägelein! 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 Ja, 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 ja! Fägelein! Ja, ja, ja...